Dialogfilm. Das Making-of. Das ist Herr König. Herr König arbeitet bei einem Automobilhersteller mit Produktionsstandorten auf der ganzen Welt. Er soll allen Mitarbeitern weltweit die neuesten Produktionsprozesse erklämen. Doch wie erreicht er extrem viele Mitarbeiter in kürzester Zeit? Dialogfilm ist die Antwort. Mit einem Dialogfilm erklären wir in wenigen Minuten die verschiedensten Themen. Vom Produktionsablauf eines Autos, über die Kreditvergabe einer Bank, bis zur Motivation aller Mitarbeiter. Und so einfach geht's. Erstens, das Briefing. Zunächst bekommen wir von Herrn König alle erforderlichen Inhalte in Form von Präsentationen, Fotos und Grafiken. Oh oh. Des Weiteren teilt er uns mit, in welchen Sprachen und in welchem Format er den Film benötigt. Soll der Dialogfilm in mehreren Ländern laufen, empfehlen wir möglichst nur mit Bildern ohne Text zu arbeiten. So muss später lediglich die Tonspur ausgetauscht werden. Das spart Zeit und Geld. Nun muss uns Herr König nur noch die gewünschte Filmlänge mitteilen und entscheiden, ob die einzelnen Szenen geskribbelt, gelegt oder animiert werden sollen. Natürlich ist es auch möglich, einen filigraneren Stil zu wählen. Auf Wunsch auch in Farbe. Es folgt das Storyboard. Unser Illustrator erarbeitet gemeinsam mit unserem Texter die Story des Dialogfilms. Dazu wird die Story zunächst einmal grob angeskribbelt und ein erster Textvorschlag erstellt. Soll sich der Mitarbeiter später im Dialogfilm wiederfinden? Oder ein typischer Kunde durch den Film führen? Dann entwickeln wir gerne einen zum Unternehmen passenden Hauptdarsteller. Natürlich ist auch der Spannungsbogen des Films nicht zu unterschätzen. Sollte die Story sachlich oder möglichst emotional sein? Hat Herr König das Storyboard gesichtet, geht es weiter mit der Korrekturphase. Herr König teilt uns seine Änderungswünsche mit. Ihm gefällt der Hauptdarsteller nicht und wünscht sich stattdessen seine adrette Kollegin als Protagonistin. Nichts leichter als das. Innerhalb kürzester Zeit setzen wir Herrn Königs Änderungswünsche um. Ist der König mit allen Änderungen zufrieden, gibt er uns die Freigabe für den Dreh. Beim Dreh werden die Bilder laufen. Aus einer Sammlung von Einzelszenen entsteht nun ein richtiger Film. Unser Illustrator zieht ein Hemd farblich passend zum Kunden an, sortiert seine Stifte und startet die Aufnahme. Jede einzelne Szene muss jetzt vor laufender Kamera gezeichnet oder gelegt werden. Auch Animationen sind möglich. Ist der Film schließlich im Kasten, beginnen wir mit der Vertonung. Der König hat die Qual der Wahl. Soll es eine Männer- oder eine Frauenstimme sein? Hi! Welche Sprachvarianten werden benötigt? Ni hao! Es folgt der Schnitt. Unser Cutter wirft nun, wie ein Koch, alle Zutaten in einen Topf. Stimmt die einzelnen Elemente aufeinander ab, würzt das Ganze mit einer Melodie und verschiedenen Geräuschen. Et voilà! Fertig ist der Königs Dialogfilm. Nicht nur Herr König ist begeistert, sondern auch all seine Kollegen. Great! Formidable! Awesome! Als Kunde befinden Sie sich in bester Gesellschaft. Vertrauen Sie auf über 10 Jahre Erfahrung. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Dialogfilm. Guten Tag!